Klassik, Matteo Tomassoni aus Zeon und Forever Blue, De La Sons. Liebe Konkurrentinnen, liebe Besucher, wie Sie sehen, ist das Jahr alles ein bisschen anders. Wir haben überall ein bisschen Abschrankungen aufgestellt. Diese Abschrankungen sind dazu da, nicht drüber zu klettern und nicht unterdurch zu kreuchen. Wir müssen ein Sektor machen. Besucher bleiben bitte im Sektor bei der Festwirtschaft, wo wir sie immer haben. Denn grosserweise zählt ihnen auf dieser Seite. Und Ritterinnen und Ritter mit ihren Begleitpersonen, bleiben bitte hier auf der Seite, wo der Schüriwagen ist und wo der Arieplatz ist. Damit wir hier schön trennt diese Sektoren behalten können, schön gemäss Kantonsvorgaben. Nein! Danke! Das ist interessant. Wie war es? Das ist interessant. Aber dann hat er das Universe, Und die sind ja gar nicht auf policies, aufwärts sind. Spiegelsekt, Eingang, Zwei, 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 zwei. Ja, das war ganz knapp zu lang, bedeutet 0,25 Punkt für ein bisschen Zeitüberschreitung für Matteo Tomassoni und Forever Blue De La Sance.